Hallo Leute und wie immer willkommen zum Rückblick, wo ich mir die Spiele aus meiner Sammlung raussuche, die vor ungefähr 20 Jahren erschienen sind. Sollte euch das Video gefallen, dann guckt doch gerne meine älteren Videos rein und abonniert meinen Kanal. Für die Unterstützung wäre ich euch echt dankbar. Da der Monat 9 nicht so ergiebig wie sonst gewesen ist, habe ich gleich zwei Bonustitel in den Rückblick mit aufgenommen, deren Nachfolger in den nächsten Monaten dran sind. Im heutigen Rückblick seht ihr den Beruf des Stuntmans, ein Fantasy-Action-Adventure-Rollenspiel, Zombie-Dämonen im alten Japan, einen ambitionierten Gitarrenspieler, einen durchgedrehten Magier, First-Person-Action in unterschiedlichen Zeitepochen und Tommys Aufstieg in die Mafia. Viel Spaß beim Rückblick! Welch I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah, I've never been with anything led than a nine, So fine, I've been on fire with Ellie Fields, Gone fast was a girl named Bo, But some old seekers don't it up as mine, It's a testified life I let, I take my chances I die for a living in the movies and TV But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies Kiss some other guy while I'm bandaging my knee I might fall from a tall building, I might roll a brand new car Cause I'm the unknown stuntman, say my dreadful such a star Do, 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 do Wer wollte als Kind nicht ein wagemutiger Stuntman sein? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir als Kinder mit unseren BMX-Rädern den Spielplatzhügel runtergerast sind, um über unsere selbstgebauten Sprungschanzen zu fahren und dabei Hindernisse wie Holzstöcker und ausgehobene Gruben übersprungen haben In Stuntman von Reflections, den Machern der Driverspiele, können wir in die Rolle eines Stuntmans schlüpfen Aber anstatt mit einem BMX-Fahrrad fahren wir hier natürlich mit Autos durch die Filmsets Und der Regisseur brüllt uns die Regieanweisungen ins Ohr Als Spiel ist das eine nette Idee, krankt aber leider spielprinziptechnisch an Kinderkrankheiten die Stuntman nur für wenige Spieler wirklich verdaulich macht So bedarf es neben der Affinität für das Stuntman-Filmszenario vor allem Geduld Geduld Angereichert mit einer Prise Geduld Nicht zu vergessen, Durchhaltevermögen Denn jeden einzelnen Filmstunt, der aus einer Aneinanderreihung von kleineren Einzelaktionen besteht muss man sich im Trial-and-Error-Verfahren erarbeiten Da es vorab keine Übersicht gibt, die einem beschreibt, welche Aktionen in welcher Reihenfolge auszuführen sind So brettern wir zu Beginn immer erstmal los und schaffen meist die erste Aktion und fahren dann zum Beispiel gegen eine Wand, weil wir nicht wussten, dass wir scharf abbiegen müssen Oder führen einen Sprung aus, aber die Physik lässt unser Auto überschlagen, weil wir den genauen Winkel noch nicht kennen Oder unser Timing bei einstürzenden Gebäuden ist falsch Oder wir bleiben an einer Ecke hängen Oder, oder, oder Und jedes Mal beginnen wir den kompletten Stunt von vorne Wer bereit dazu ist, sich Levels auf dieser Art zu erarbeiten, der kann mit Stuntman richtig Spaß haben Einen Stunt am Ende fehlerfrei zu schaffen, verursacht durchaus belohnende Gefühle Zumal das Spiel sein Thema ernst nimmt und dennoch immer wieder ironisch bricht So werden vor jedem Stunt schön die Techniken erklärt, die zum Einsatz kommen Es gibt eine, eine Piperampe, die den Wagenboden voll in die Höhe treibt Dann gibt es noch den Cannon Roll, den wir jetzt vorhaben Es soll so aussehen, als ob Ein Zusammenprall den Wagen herumschleudert In Wirklichkeit kann ich per Knopfdruck neben der Handbremse eine Stange betätigen, die unten aus dem Chassis des Wagens heraus schießt Und zwar dann, wenn der Wagen seitwärts schlittert Das schmeißt mich herum Und hat man erstmal alle Einzelstunts für einen Film abgeschlossen Bekommt man als Belohnung einen Filmtrailer des Films Für den man die ganze Aktion durchgeführt hat Wobei diese bekannte Genrefilme zitieren Mit Filmtiteln wie Toothless and Whooping Oder A Whoopin' and A Hollerin' Was für Filmkenner echt nett ist Leider ist die deutsche Sprachausgabe sehr emotionslos Was den Zwischensequenzen viel Atmosphäre raubt Als Bonus kann man noch Fahrtrainingsmissionen absolvieren Oder seine eigene Stuntshow im Editor zusammenstellen Bauteile hierfür werden über die Kampagne freigeschaltet Das hat mir aber nicht so viel Spaß bereitet Ausgestiegen aus dem Spiel bin ich im zweiten Film beim zweiten Stunt Dieser beginnt mit einer Verfolgungsjagd Doch leider hat der mir vorausfahrende Fahrer beschlossen Den Stunt an meiner Stadt zu versauen So rammt er zuerst ein Auto weg An dem ich eigentlich dicht dran vorbeifahren soll Und anschließend fährt er dann stumpf gegen einen Zaun Und kann sich nicht mehr dazu durchringen Auf seine Fluchtroute zurückzukehren Ich habe es mehrfach hintereinander geschafft diesen Bug so auszulösen So habe ich beschlossen, dass meine Zeit mit Stuntman an dieser Stelle beendet war Nette Idee, nettes Spiel, nette Technik Aber in meinen Augen alles nicht ganz ausgereift Und die Kröten Wir gehen in den größten Fehler hier bis zu uns Glaub mir, das könnte selbst eine Blonde Da kann gar nichts schief gehen Warum fahre ich denn schon wieder? Wir sollten uns doch abwechseln Wir sind auf der Flucht, ey Der einzige Ausweg ist der Kampf gegen den Gangster, der ihren Tod will Nicht vergessen, ich tue nur zwei Dinge Ich werde reich und ich werde sauer Das Ende war nah Aus allen Richtungen bedrängten Fatars finstere Horden die fast schon geschlagene Armee von Zehlenheim Aber hoch oben auf einem Bergrücken stellte sich eine einsame, in ein Zaubergewand gekleidete Gestalt trotzig den Dämon entgegen Sie hob den Stab hoch in die Luft und schleuderte ihn mit aller Macht auf die Erde, wodurch der Zorn der Natur geweckt wurde In einer einzigen Nacht brach die Kruste der Erde auf Der Himmel verdunkelte sich, die Erde färbte sich rot von Feuer, Blut und Chaos Die entstandene Kluft setzte sich rasend schnell fort und riss die Erdkruste auf ihrer ganzen Länge auf Es hieß, der Dämon sei vernichtet worden, ebenso der Zauberer Licht schied sich von Finsternis, die Welt war geteilt Auf der Lichtseite wurde die Enklave, genannt Zehlenheim, nun von allen Seiten durch eine breite Kluft, einen tiefen Abgrund, geschützt Der Wohlstand der Bewohner von Zehlenheim wuchs und sie lebten in Ruhm und Frieden Auf der anderen Seite kämpften dunkle, abartige Lebensformen ums Überleben Deren Groll wuchs, je länger sie in der Dunkelheit lebten Bei den Bewohnern von Zehlenheim hießen sie Outlander In der Dunkelheit wuchs allmählich ihre Macht und sie wussten, dass eines Tages ihre Zeit kommen würde Dann würden sie die Kluft überqueren und sich holen, worauf sie einen Anspruch zu haben glaubten Die Streitkräfte von Zehlenheim bewachten die Grenzen längs der Kluft und ihnen war jedes Mittel zum Schutz ihres Landes recht Sie waren bereit, jedes der üblen Wesen zu töten, das in ihren Schutzraum einzudringen versuchte Aber Zeit ist ein wesentlicher Faktor Mit jedem Moment wächst die Kluft enger zusammen Die Erde heilt Und bald werden die Outlander zu den Waffen greifen, um die Bevölkerung von Zehlenheim ein für allemal auszulöschen Das war die, wie ich finde, durchaus stimmungsvoll beschriebene Einleitung zum Action-Adventure-Rollenspiel-Enclave für die Xbox Und ich muss sagen, ich habe mich richtig darauf gefreut, das Spiel in diesem Monat anzuspielen Denn das Spiel hat alles, was ich mag Anspruchsvolle Kämpfe, atmosphärische Grafik, Rollenspielelemente immer gut Und ein düsteres Fantasy-Szenario Daher freue ich mich sehr, es endlich von meinem Pile of Shame nehmen zu können Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden Tatsächlich hat mich das Spiel gleich mit seiner ersten Szene gehabt Unser Protagonist sitzt im Gefängnis Und sein Zellengenosse macht sich über uns lustig Gefangengenommen von den eigenen Kameraden werden wir nun sterben Haha! Denn seine Freunde von der dunklen Seite sind gerade dabei, das Gefängnis anzugreifen Sie werden ihn befreien und uns töten Ätsch! Dann kommt ein Steingeschoss durch die Wand gebrochen und tötet ihn Wortlos steigen wir über seinen Leichnam hinweg, heben ein Schwert auf und schlagen den Angriff zurück Mir gefällt diese kompromisslose Art von Humor Auch die Grafik konnte mich gleich überzeugen Für Xbox-Verhältnisse und vor allem so früh in ihrem Lebenszyklus Die Architektur ist durchaus aufwendig und die Lichteffekte stimmungsvoll Mit dem Schwert schlagen wir erste kleinere Gegner nieder Das Kampfsystem fühlt sich schön dynamisch an Mit einer guten Kombination aus Bewegung und getimten Schlägen kommt man mit wenig Schaden davon Zudem finden wir schnell eine erste Fernkampfwaffe, eine Armbrust Dank schnellem Waffenwechsel können wir so Gegner zuerst aus der Ferne aufs Korn nehmen Und dann, wenn sie näher kommen, ihnen mit dem Schwert den Rest geben In den Levels lassen sich in allen möglichen Ecken Goldmünzen finden Mit diesen lassen sich zwischen den Levels bessere Waffen, Rüstungen und Tränke kaufen Dadurch ist man motiviert, die durchaus verschachtelten Levels zu erkunden Dass die Levels nicht streng linear aufgebaut sind, gefällt mir besonders gut Dadurch muss man auch ein bisschen abwägen, da es nur seltene Speicherpunkte gibt Wie weit man sich im Level vorwagen will Letztlich gilt es, die Levels wirklich zu lernen Soweit ich gespielt habe, kann ich wirklich nur Positives zu Enclave sagen Die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen Mit seiner Mischung aus Grafikdesign, Soundkulisse, Geschichte und offenem Gameplay Es gibt wirklich unterschiedliche Spielweisen, um mit den Gegnern klar zu kommen Vielleicht wird es nach hinten raus noch frustig Schließlich gilt Enclave als eines der legendär schweren Spiele Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig unfair ist Anspruchsvoll ja, aber dadurch spielt man sehr aufmerksam Und mit dieser leichten Anspannung, die sich gerade in dem Bereich bewegt, dass es Spaß macht Meine eigenen Erwartungen an das Spiel hat Enclave jedenfalls voll erfüllt Am Ende würde ich gerne noch deutlich mehr Zeit mit dem Spiel verbringen Dank unterschiedlich wählbarer spielbarer Charaktere, dem Ausrüstungssystem Und zwei unterschiedlichen Faden, der hellen und dunklen Seite Wodurch die Levels nochmal aus anderer Sicht erlebt werden können Hat Enclave in meinen Augen deutlich mehr zu bieten, als ich an Zeit zur Verfügung habe Ein echt tolles Spiel in meiner Sammlung Guitar Room Man ist Videospiel-Wahnsinn der besten Sorte Wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich um ein weiteres Musikspiel aus meiner Sammlung Das abgedrehte Design des Helden hat mich schon immer angesprochen Und ich bin sehr froh, dass ich endlich mal die Disc ins Laufwerk eingelegt habe Und gleich vorweg Wer auf Gitarrenmusik steht, der sollte mal zumindest in einen Playthrough auf YouTube reinschauen Beziehungsweise hören Der Soundtrack bietet einen fantastischen Mix aus unterschiedlichsten Gitarrenstücken Die richtig Spaß machen beim Anhören Aber zum Spiel Wir verkörpern Yu-One, der gerade von der Schule nach Hause kommt und ziemlich geknickt ist Da ein Loser ist, auf dem die anderen gerne rumhacken Gleichzeitig ist er auch noch unglücklich verliebt Da gibt es nur eins Sein Kumpel, schrägstrich Haustier, der Hund Puma Fordert ihn zum Gitarrespielen auf In Form des anstehenden Tutorials Hier lernen wir die im Spiel notwendigen Aktionen Um die Gitarre selbst zu spielen, bewegen wir den linken Analogstick in die Richtung der einfahrenden Linie Diese kann aus allen Himmelsrichtungen kommen Bei den Kreisen drücken wir den Kreisknopf und halten ihn so lange gedrückt, bis die umrandete Linie endet Als zweites wichtiges Element gibt es die Abwehr In Gitaru Man kämpfen wir nämlich immer gegen einen Gegner Bei der Abwehr kommen von oben, unten, links oder rechts die jeweiligen Buttons des Controllers angeflogen Befinden sie sich im Zentrum, müssen wir den jeweiligen Button drücken Spielmechanisch soll es damit auch schon gewesen sein Der Rest ist Videospielen pur Abgedrehte Charaktere, viel Musik und ein verrückter Handlungsverlauf Linear geht es nun von Gegner zu Gegner Der erste ist noch rein zum Üben und lässt sich von mir sogar im ersten Versuch abfrühstücken So ein Kampf teilt sich in drei Phasen auf Den Charge, den Fight und das Finale Beim Charge laden wir unsere eigene Hellsanzeige auf Spielen wir fehlerfrei, beginnen wir also den Kampf mit maximalen Lebenspunkten Im Kampf gilt es dann, die gegnerischen Angriffe abzuwehren und durch eigenes fehlerfreies Spielen die Lebensanzeige des Gegners zu reduzieren Im Finale geben wir ihm oder ihr dann den Rest Eigentlich simpel, aber echt schwierig in der Ausführung Schon für den zweiten Gegner musste ich ein paar Runden üben, um es dann auch nur knapp zu schaffen Denn das Tempo des Songs zieht im Vergleich zum ersten gleich enorm an Und die Buttons kommen unheimlich schnell aus allen Richtungen geflogen Mit konzentrierten rhythmischen Buttongedrücke kommt man da schon nicht mehr weit Man muss die Songs richtig verinnerlichen und lange üben Und somit lautet mein Fazit, wie schon bei Space Channel 5 vor einigen Monaten Mir ist das echt zu schwer Es frustriert mich einfach zu schnell, immer wieder den gleichen Song zu spielen und keine Progression in der Geschichte zu haben Ich wünschte echt, es würde einen super easy Modus für Spieler wie mich geben Damit das Spiel durch seinen Schwierigkeitsgrad am Ende verschlossen bleibt Obwohl ich es eigentlich super fantastisch finde Und was ich überhaupt nicht verstehe Warum gibt es kein Remaster, das den Guitar Hero Gitarrencontroller zum Einsatz bringt Guitar Roo Man auf einem Guitar Hero Gitarrencontroller wäre echt der Shit gewesen Also, ganz viel Liebe von meiner Seite für Guitar Roo Man Definitiv eins der coolsten Spiele in meiner Sammlung Mit dem Unimusha Spielen ist das für mich echt eine komische Sache Eingestiegen bin ich in die Reihe vor knapp 20 Jahren mit dem zweiten Teil Samurais Destiny Den habe ich Minimum dreimal durchgespielt Vielleicht sogar öfter Da sind natürlich nach und nach auch die anderen Teile der Reihe in meine Sammlung gewandert Und was habe ich nie gespielt? Genau, ich habe mir einen einzigen Teil auch nur mal kurz eingelegt Bis heute Endlich ist der Tag gekommen, um einen weiteren Teil der Reihe zu spielen Bevor ich nächsten Monat zum zweiten Teil zurückkehren werde Unimusha war für mich in der Wahrnehmung eine Art Samurai Resident Evil Mit dem Fokus auf unkomplizierten Actionkämpfen Was in erster Linie von der Technik her rührt Da Unimusha ebenfalls auf vorgerenderte Hintergründe setzt Vor denen sich dann detaillierte 3D Charaktermodelle bewegen Optisch sah das vor über 20 Jahren wirklich fantastisch aus Brachte aber seine Nachteile mit sich So steuert sich unser Held Samanoske mit der bekannten Panzersteuerung über das D-Pad Das heißt, drücken wir nach oben, bewegt sich Samanoske in die Richtung, in die er gerade guckt Drücken wir links oder rechts auf dem D-Pad, dreht er sich auf der Stelle um die eigene Achse Wie ein Panzer eben Das funktioniert bei Unimusha zwar sehr gut, ist aber sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man normale, freie Bewegung im 3D Raum aus anderen Spielen gewohnt ist Ich persönlich habe mich aber schnell wieder dran gewöhnt, weil das Schnetzeln sehr unkompliziert funktioniert Mit einfachen rhythmischen Drücken der Quadrat-Taste und gelegentlichen Blocken per R1 kommt man schon sehr gut durch die mämonischen Horden Und je länger man spielt, umso mehr geht das Kämpfen einen wieder in Fleisch und Blut über und man beginnt auch die Special Moves einzusetzen Die man in Kombination mit der R1 Taste, mit der man sonst in die Blockstellung wechselt, gedrückt hält und zusätzlich die Richtungstasten in Kombination mit der Quadrat-Taste drückt Besonders die zweite spielbare Figur im Spiel, Samanoskes Kampfgefährtin Kaede, hat einen sehr coolen Move drauf, wo sie sich per Salto über ihren Gegner schwingt und von hinten mit ihrem Dolch per Instant-Kill umbringt Es bedarf zwar ein wenig Übung für das richtige Timing, wenn der Move gelingt, spart man sich aber richtig viel Zeit Da Kaede schwächer ist und sonst deutlich länger auf die Standard-Gegner einschlagen muss Am allerbesten gefällt mir bei Unimusha das Setting Die Dämonen sind einfach herrlich fantasievoll und eklig designt Und die farbenfrohen Samurai-Rüstungen und großen Schwerter sind auch toll Bei Unimusha bin ich wesentlich motivierter, mich durch die Levels und Gegner zu kämpfen, als bei Resident Evil mit seinem Zombie-Setting und dem bösen Mega-Konzern Neben der leicht zugänglichen Action gibt es nette Logik-Puzzle, die ich, je älter ich werde, umso mehr zu schätzen weiß So gibt es zum Beispiel ein Schieberätsel, das Kaede lösen muss, während Samonosuke in einem Raum gefangen ist, der nach und nach mit Wasser vollläuft Dieses zusätzliche Druckelement finde ich ganz toll Aber es gibt bestimmt jede Menge, die diese Stelle verflucht haben In vielen atmosphärestimmungsvollen Zwischensequenzen wird die Geschichte vorangetrieben Diese ist allerdings nicht wirklich von Belang und wird auch ohne wirkliche Dramatik erzählt Der Feldherrn Nobunaga Oda wird im Intro von einem Pfeil getroffen und ist deswegen ein Pakt mit den Dämonen eingegangen, um wiederbelebt zu werden Dafür überfallen seine Schergen das Schloss von Prinzessin Yuki, um sie zu entführen, denn ihr Blutopfer ist in der Lage, die dunkle Zeremonie zu Ende zu bringen Samonosuke eilt zur Rettung und kämpft sich durch die Festung, um Yuki zu retten Da das Spiel nur knapp 3-4 Stunden lang ist, war es kein Problem, den Titel durchzuspielen Vor allem im Emulator mit Safe States Da man sich so, wenn man mal stirbt, die Laufwege vom letzten Speicherpunkt sparen kann Gerade bei Stellen wie zum Beispiel dem beschriebenen Wasserrätsel ist es schön, wenn man einfach auf Quick Load drücken kann Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, mich durch Unimusha Warlord zu schnetzeln und zu rätseln Und freue mich sehr auf den Nachfolger im nächsten Monat Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, sollte wissen, dass ich ein großer Fan der Timesplitter Spiele bin Zumindest von Teil 2 und 3, denn Teil 1 habe ich bisher noch nicht gespielt Als Star-Titel für die Playstation 2 in Europa war das Spiel noch nicht so ausgereift wie seine späteren Nachfolger Aber um die Sammlung zu vervollständigen, habe ich natürlich auch Teil 1 nachträglich aufgenommen Der deutlichste Unterschied liegt im Story-Modus Wo die beiden Nachfolger eine richtige Handlung mit Zwischensequenzen rund um die Zeitkristalle raubenden Timesplitters konstruiert Besteht in Teil 1 der sogenannte Story-Modus aus einer Aneinanderreihung von Levels in unterschiedlichen Zeitepochen In denen der Spieler einen Gegenstand finden und wieder zum Level-Anfang zurückbringen muss Warum? Das wird weder in Zwischensequenzen noch in Textbildschirmen erzählt Wir können uns lediglich einen kurzen Text einblenden lassen, was für eine Art Gegenstand wir wieder zum Ausgangspunkt zurückbringen sollen So sind wir im ersten Level in Ägypten des Jahres 1935 unterwegs und müssen ein Ankh ans Tageslicht befördern Dabei entledigen wir uns anderer, ich denke es sind konkurrierende Grabräuber, Mumien und so weiter Und sobald wir den Gegenstand haben, materialisieren sich die Timesplitters selbst in unseren Weg Das weiß ich allerdings nur, weil ich die Nachfolger gespielt habe Ich glaube ohne den Kontext hätte ich nicht verstanden, warum sich da Alien-Monster in die Levels beamen Und vor allem, dass das die Timesplitters sein sollen Das einzige, was ich in puncto Erklärung gefunden habe, war der Rückentext der Spieleverpackung Im Handbuch werden nämlich auch nur Steuerung und Spielmodi erklärt Der Rückentext beschreibt die Timesplitters folgendermaßen Die Timesplitters sind bösartige Wesen, die außerhalb der menschlichen Dimensionen von Raum und Zeit leben Seit endlosen Generationen manipulieren sie das Schicksal der Menschheit Erwacht aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf, treten sie aus dem Schattenreich Ist die Menschheit dazu verdammt, unter der Herrschaft der Timesplitters ewige Qualen zu erleiden? Oder wird sich eine Gruppe von Helden ihnen in den Weg stellen? Fertig, mehr gewidmet nicht Ist aber nicht schlimm, denn alles andere an dem Spiel hat die typischen Timesplitters-Qualitäten, die auch die beiden Nachfolger so gut gemacht haben So flutscht die Steuerung mit dem Gamepad wunderbar Wobei man nicht, wie ich, den Fehler machen darf und den Zielmodus mit Fadenkreuz aktivieren Dann zielt man nämlich frei und das Fadenkreuz wabert über dem Bildschirm und ist nicht fest mit der Kamera verbunden Was man machen muss? Man muss den Zielmodus deaktivieren und automatisches Zielen aktivieren Dann spielt sich Timesplitters nämlich wie die frühen First Person Shooter am PC Also grob in die Richtung zielen und Höhenunterschiede und leichte Rechts-Links-Bewegungen werden automatisch ausgeglichen Dann spielt sich Timesplitters richtig flott und bietet schnelle Shooter-Action im grafisch abwechslungsreich gestalteten Levels Da jede Zeitepoche natürlich ihr eigenes Grafik- und Waffenset mitbringt Neben dem Storymodus, der nach 9 Levels bereits durchgespielt ist, sind die vielen Arcade- bzw. Herausforderungsmodi ein weiterer großer Spaßbringer Als Singleplayer-Spiel sind die Spielmodi für kurzweilige Baller-Action bereits unterhaltsam Richtig spaßig wird es aber erst, wenn man zu mehreren auf der Couch Platz nimmt und im Splitscreen sämtliche Modi im Spiel angeht Eine vergessene Spielart heutzutage Wer dann noch selbst kreativ werden möchte, findet sogar einen Level-Editor im Spiel Was ich nach wie vor außergewöhnlich finde Da haben die Entwickler keine Zeit, sich mit ein paar Bildschirmtexten ein Handlungsgerüst für den Storymodus auszudenken Aber einen Level-Editor beipacken, mit dem man eigene Multiplayer-Levels bauen und sogar auf einer gerade mal 8 MB großen Memory Card speichern kann Wahnsinn! Mir hat das Reinspielen in den ersten Timesplitters-Teil gut gefallen Wenn auch eher aus historischer Betrachtungsweise Die Storymodi aus Teil 2 und 3 sprechen mich als notorischen Singleplayer-Dude einfach mehr an Aber gerade für Multiplayer-Freunde, die gemeinsam auf der Couch Spaß haben wollen Kann auch der erste Teil noch immer eine gemeinsame Runde wert sein Was? Wer? Ihr? Thelron Haschnitur, der Herr des Verderbens! Hebe dich hinweg, widerlicher Dämon! Nein, ich bin es, Lanilor! Kommt, lasst mich noch etwas Tee kochen für euch Ich werde dein stinkendes Gebräu nicht trinken, Theliron Glaubst du wirklich, du vermagst mich zu täuschen? Ach, Koste von meiner Macht! Nicht mal an Justen rein Ich bin Lanilor! Okay, die deutschen Sprecher sind vielleicht nicht die Stärke von Divine Divinity Aber zum Glück ist ja nicht jeder Dialog vertont Ich halte das Spiel für eines der interessanteren seiner Zeit Getarnt als simples Action-Rollenspiel à la Diablo-Klonen Versteckt sich unter der grafischen Oberfläche ein umfangreiches Rollenspielen Mit einem starken Fokus auf Adventure-artige Quests und ausführlichen Charakterausbau Wir beginnen das Spiel in der Stadt Alleroth Hier lebt ein Zusammenschluss von Heilern zusammen Um sich der Macht einer Quelle zu bedienen, die ihnen dabei hilft, ihrer Tätigkeit als Heiler nachgehen zu können Doch leider ist die Quelle versiegt oder anderweitig beschädigt So dass die Heiler nur noch leichte Wunden heilen können Zusätzlich ist das Dorf auch noch von marodierenden Orks umzingelt Was für das Geschäftmachen natürlich Gift ist Und der weise Magier Madaneus ist auch noch scheinbar von Dämonen besessen Schönen Dank auch Wenn das mal nicht die perfekte Ausgangssituation für einen tapferen Rollenspielhelden darstellt Wir beginnen das Spiel im Keller von einem der Heiler aus Alleroth Der uns verletzt am Wegesrand aufgelesen hat Und über die zuvor beschriebenen Geheimnisse dieser Welt im ersten Dialog in Kenntnis setzt Und sofort zeigt sich, dass Divinity kein gewöhnlicher Diablo-Klon ist Denn anstatt sofort loszumarschieren und den ersten Dungeon unsicher zu machen Schauen wir uns erstmal in Ruhe im Dorf um Und können schon jede Menge Quests angehen, die nichts mit Monstermetzeln zu tun haben So erleben wir zum Beispiel, wie der hilfreiche Lani-Lore von Madaneus in eine Eissäule verwandelt wird Um ihm zu helfen, müssen wir im Dialog erfahren Dass es einen geheimen Zugang zu Madaneus Haus gibt Über den Brunnen in den Keller Dort müssen wir einen Schlüssel finden und dann im Dialog Madaneus davon überzeugen, Lani-Lore wieder aufzutauen Beim Händler Georg bekommen wir ein Gespräch mit, dass ihm eine wichtige Pflanze nicht verkauft wird, die er unbedingt braucht Da wir zuvor Lani-Lore gerettet haben, lässt er uns die Pflanze aus seinem Kräutergarten mitnehmen Wie die Pflanze aussieht, haben wir uns vorher bei Georg angucken können Begeben wir uns dann doch in den ersten Dungeon des Spiels, der sich nur über ein Schalterrätsel öffnen lässt Indem wir die Statuen alle nach Norden blicken lassen, schlagen wir auch endlich unsere ersten Kämpfe mit Skelettkriegern und Bogenschützen Doch auch hier weicht Divinity von der Diablo-Formel ab Das Erkunden des Dungeons gestaltet sich nämlich auch hier deutlich rätsellastiger So müssen Schalter gefunden werden, um Tore zu öffnen Und wir müssen Gegenstände am richtigen Ort platzieren, um Teleporter zu öffnen Sogar einen Begleiter können wir uns heranholen So finden wir im ersten Stockwerk des Dungeons eine Statue, hinter der ein Tagebuch steckt Dieses erzählt die Geschichte von einem Leibwächter, der seiner Herren nicht gut genug gedient hat und die so verstarb Zur Strafe ist er nun über den Tod hinaus an sie gebunden, bis er die Möglichkeit zur Buße hat Zünden wir die Kerze an, begleitet uns nun eine Zombie-Version des Leibwächters und kämpft an unserer Seite Zumindest solange wir nicht wieder an die Oberfläche zurückkehren, da er sonst seine Schuld gesühlt hat Auch das klassische Teleportieren wurde schön gelöst und in eine Quest verpackt So überreicht uns Lanilor einen von eigentlich zwei Teleportsteinen Der zweite befindet sich an einem unbekannten Ort Um ihn zu bekommen, müssen wir uns also dazu entscheiden, uns ins Unbekannte zu teleportieren, um den zweiten Stein zu finden Mit Hilfe meines Zombie-Begleiters habe ich den Sprung gewagt und konnte mich so gut der Sklettkrieger auf der anderen Seite erwehren Nun können wir die Steine nach Belieben nutzen und zum Beispiel den einen direkt neben einem Bett zum Ausruhen aufstellen Oder bei einem Händler oder wo auch immer wir Lust haben Divine Divinity ist ein wirklich nettes Abenteuer-Rollenspiel mit starken Adventure-Elementen Man merkt an allen Ecken und Enden, dass die Larian Studios viel Zeit und Mühe in das Spiel investiert haben Ich will nicht so weit gehen, dass es ein vergessenes Kleinod oder Hidden Gem ist Dafür finde ich das Spiel dann doch zu bieder und die Spielgeschwindigkeit zu langsam Man muss schon einiges an Zeit investieren, um richtig ins Spiel reinzukommen So habe ich zum Beispiel zwar den Schlüssel für Madaneos Haus die ganze Zeit auf der Kiste gesehen Aber nicht geschnallt, dass ich ihn separat aufheben kann Ich dachte, es wäre ein Symbol, das anzeigt, dass die Truhe verschlossen ist und ebenfalls einen Schlüssel benötigt Und im ersten Dungeon bin ich ewig rumgelaufen, ohne die dunkelbraunen Schalter auf schwarzem Grund zu erkennen So dass mir die Gittertore ewig den Weg versperrt haben Dieses ziellose Suchen nach der Lösung ist mir ein wenig zu umständlich So dass ich die vorhandenen Stärken nicht vollumfänglich genießen konnte Ich schätze das Spiel so ein, dass je länger und ausdauernder man es spielt, mit umso mehr tollen Geschichten belohnt wird So ist der Charakterausbau sehr umfangreich und belohnt einen mit vielen Fähigkeiten Und die Spielwelt macht den Eindruck, dass sie wirklich riesig ist und die Quests abwechslungsreich bleiben Wer sich an der biederen Präsentation nicht stört, kann heute genauso gut wie vor 20 Jahren Divine Divinity eine Chance geben James Bond 007, Agent im Kreuzfeuer Auf dieses Spiel habe ich mich schon seit Monaten gefreut Ich würde mich nämlich durchaus als großen James Bond Fan bezeichnen Vor Jahren habe ich extra mal alle Filme der Reihe in der Entstehungsreihenfolge geguckt Was ich übrigens jedem empfehlen kann, da man so einen völlig neuen Blick auf die Reihe bekommt In der Generation von PS2, Xbox und Gamecube hat Electronic Arts seine eigene kleine Videospielreihe an James Bond Spielen auf den Markt gebracht Und Agent im Kreuzfeuer ist der erste Teil in dieser Reihe, die ich nun chronologisch angehen werde Leider ist Agent im Kreuzfeuer kein so verheißungsvoller Einstieg Der Zahn der Zeit hat an diesem Spiel ganz schön genagt Die hier von mir gespielte Xbox-Fassung basiert auf der PS2-Version und die erschien bereits im November 2001 Technisch ist das Spiel daher regelrecht anachronistisch Sowohl auf der PS2 und vor allem auf der Xbox hat man grafisch deutlich hübschere Ego-Shooter gesehen Die Level-Architektur ist stellenweise echt simpel und die Charaktermodelle hätten auch ein paar mehr Details vertragen können Vor allem in den Zwischensequenzen Gleiches gilt für die Animation Es ist keine Vollkatastrophe, aber für einen aufwendig und fett produzierten James-Bond-Titel von EA Fühlt sich das alles doch echt trashig an Auch steuerungstechnisch liegt einiges im Argen Die konsolentypische Twin-Stick-Steuerung hatte sich nämlich noch nicht durchgesetzt Und die Standardkonfiguration sieht tatsächlich vor Dass man sich nur mit dem linken Analog-Stick bewegt und gleichzeitig umschaut Wer mit dem linken Laufen und sich mit dem rechten umsehen möchte Der muss auf eine andere der fest vorgegebenen Steuerungskonfiguration wechseln Aber selbst dann bleibt die Bewegung hakelig Und gerade wenn man, wie ich, kurz davor Timesplitters gespielt hat Das einfach eine butterweiche und superflüssige Bewegung aus der Ego-Perspektive bietet Mit hoher und stabiler Bildrate Der fühlt sich hier echt in die Steinzeit der Konsolen Ego-Shooter zurückversetzt Und nicht vergessen, Timesplitters ist älter Und auch die Handlung Oh boy Also, mal sehen, ob ich's zusammenkriege Da ist James Bond Und wir haben eine Kollegin namens Zoe Nightshade Sie hat Fiolen gejagt Und deswegen dringen wir in einen Forschungskomplex ein Wo wir Nightshade en Passant retten Natürlich nur echt mit U-Boot-Bossant und Haien, die im Becken schwimmen Aber ohne Lasern auf dem Kopf Auf der Flucht schießen wir dann ein bisschen rum Peng, peng Und dann, nachdem wir entkommen sind Schießt eine Frau mit einem Raketenwerfer Auf zwei Meter Entfernung an uns vorbei Aber durch die Druckwelle stirbt Nightshade trotzdem Bei der anschließenden Verfolgungsjagd können wir mit unserem Auto aber die Fiolen wieder sicherstellen Dies führt uns dann zu einem Diplomaten in die britische Botschaft Der ist aber tot Aber dann doch nicht Aber dann erschießen wir ihn Nee, war nur Betäubung In der Botschaft laufen ja auch Unschuldige rum Aber, wowie, sind das Betäubungsschüsse Die Gegner fliegen weg, als hätten wir sie mit einer Schrotflinte umgedietet Jedenfalls erfahren wir schnell, dass der Doppelgänger des Ministers ein Klon gewesen ist Und das führt uns nach Ägypten Äh, nein, auch nicht Sondern in die Schweiz Denn dort ist die Zentrale von Malprave Industries Die in illegale Aktivitäten im menschlichen Klonen verwickelt sind Einen sexistischen Spruch später In der Zwischenzeit können Sie ja den Ausblick genießen Scheint mir auch so Wallern wir uns auch schon durch die Zentrale auf der Suche nach Beweisen Die gefundenen Unterlagen führen uns zu einer Wissenschaftlerin Die auf der Fluchtschutz in der britischen Botschaft gesucht hat Die wir so ein zweites Mal besuchen Dort holen wir am Ende einen Helikopter vom Himmel Wir holen einen Helikopter vom Himmel Vom Himmel Na endlich Was wirklich gut ist Der Wahnsinn ist schnell durchgespielt Schon nach wenigen Stunden flimmert der Abspann über dem Bildschirm Und ich kann nicht behaupten, dass ich nicht unterhalten wurde Bei all den irren Sachen, die in diesem Spiel passieren, habe ich echt oft gelacht Seien es Details wie die erwähnten Haie im U-Boot-Becken oder schräge Zwischensequenzen, die entweder idiotisch oder hanebüchend sind Nicht zu vergessen das Level-Design, wo ständig rote Fässer rumstehen, hinter denen die Gegner in Deckung gehen Die ganze Zeit rumpst es und ständig hören wir die Bond-Fanfare, wenn wir einen coolen Bond-Moment ausgelöst haben Wie zum Beispiel Schieße auf das Seil, das die Kiste festhält, unter der eine Wache steht Oder schieße den Typen, der auf dich schießt, aus dem Helikopter Dazu ist alles abwechslungsreich gestaltet, da es neben den Ego-Shooter-Passagen noch die Rail-Shooter und Fahrzeugs-Defenzen gibt Wenn ich das Spiel in die Reihe der Bond-Filme einordnen müsste, würde ich sagen Agent im Kreuzfeuer ist das Diamanten-Fieber der Bond-Filme Man kam zusammen und wollte nochmal einen richtig coolen Bond-Film machen Man hat Sean Connery extra wieder reaktiviert, nachdem man mit George Lazenby nicht zufrieden war Doch leider sieht man Connery an, dass er mittlerweile in die Jahre gekommen ist und eigentlich keine Lust mehr hatte Die Ausstattung ist aufwendig, aber wirkt im Vergleich zu den Klassikern wie Goldfinger oder Feuerball irgendwie billig Und die Drehbuchschreiber haben alle möglichen Bond-Momente zusammen gemixt, aber am Ende ist alles einfach nur irre Objektiv ist Agent im Kreuzfeuer ein schlechtes Spiel Aber ich hatte trotzdem viel Spaß, dank des wahnsinnigen Trash-Faktors Ich hoffe, EA hat im Laufe der Zeit seine Fähigkeiten, ein gutes Bond-Spiel zu machen, verbessert Im Hinblick auf die nächsten Teile der Reihe Zum Abschluss noch ein Wort zum Entwicklerstudio Das sind die, die später mit Dead Space eines meiner liebsten Lieblingsspiele gemacht haben Das hätte ich mit diesem Trash-Spiel echt nicht in Verbindung gebracht Bin schon gespannt, wie die nächsten Spiele so geworden sind Meine Enttäuschung des Monats Heute finde ich, mag man es nicht mehr so recht glauben, aber vor 20 Jahren war nicht wirklich klar, ob GTA 3 oder nicht doch eher Mafia Die große 3D-Open-World-Gangster-Simulation sein würde Die Verkaufszahlen waren dann zwar schon eindeutig, aber die Heftkritiken, zumindest für die PC-Version, sahen Mafia vorne So vergab die GameStar damals satte 91%, die PC-Action 92% und die PC-Games immerhin noch 89% Bis auf die PC-Games alle einige Prozentpunkte über der Wertung von GTA 3 Wie so oft war mein PC aber damals nicht leistungsstark genug Heute habe ich zum ersten Mal Mafia auf meinen Rechner installiert, um dieses Spiel selbst zu erleben Und ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum jemand damals geglaubt hat, dass das Spiel besser wäre als GTA 3 Zu den Stärken werde ich noch kommen, aber der Spieleinstieg im Mafia ist in meinen Augen eine absolute und bodenlose Frechheit Nach dem stimmungsvollen Intro mit einem Rundflug durch die Spielwette Lost Haven Und einem Dialog zwischen der Hauptfigur Tommy Angelo und einem Polizisten, dem er anbietet, eine Aussage gegen den Paten Don Saliere zu machen Und so die Geschichte in Rückblinden erzählt, landen wir in der ersten Mission Bis hierhin war ich echt angefixt, denn die Grafik ist für ein 20 Jahre altes Spiel echt großartig Vor allem die detaillierten Gesichter in den Zwischensequenzen und die tollen Automodelle Aber dann dürfen wir selbst die Kontrolle übernehmen Die Gangster haben unser Taxi als Fluchtauto auserkoren Und die Autos sind sowas von scheiß langsam Wo man bei GTA sofort instant Spaß hat beim Autofahren, hat man bei Mafia mit lahmer Beschleunigung und geringer Endgeschwindigkeit zu kämpfen Das mag dem Realismus geschuldet sein, schließlich befinden wir uns hier in den 30er Jahren Aber Spaß macht das nicht Zudem haben mir die Gangster auch noch den Hinterreifen zerschossen Ich bin zwar entkommen, musste dann aber gefühlte Ewigkeiten bis zu Salieris Bar tuckern Kannst du nicht schneller fahren, mein Taxi Fahren wir nicht im Kreis? Wenn ich sie auf den Tag benerdeine gehen, schaufeier Ich bin nicht sicher, dass sie auf den Tag wie sie mit dem Tag wenn sie auf den Tag gehen, schaufeier Oh, da ist sie langt, aber nicht Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Storytechnisch ist es zwar interessant zu sehen, wie Tommy in die Mafia-Szene gerät, aber spielerisch ist es langweilig. Und was kommt nach dieser dramatischen Fahrt durch die Stadt? Genau. Wir fahren stundenlang unser langsames Taxi durch die Stadt und befördern Fahrgäste. Mit Tempomat bei 40 Meilen die Stunde. Nicht, dass uns die Polizei noch wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Strafzettel verpasst. Das ereignislose Taxifahren dauert auch noch mal gefühlte Jahrzehnte, bis wir wieder etwas Spannendes erleben. Die Gangster vom Vortag wollen uns ans Leder, so dass wir zu Fuß durch die Straßen zu Salieri's Bar pflichten müssen. Nun gehören wir zur Familie. Unser nächster Job? Wir tuckern wieder ans andere Ende der Stadt, verprügeln Autos mit einem Baseballschläger und fahren dann wieder gelangweilt zurück. Uff. Und was machen wir also als nächstes? Genau, Schutzgeld erpressen. Dafür fahren wir wieder durch die Stadt, halten zwischendurch an und warten, bis Pauli mit dem Geld rauskommt. Unser letzter Trip führt uns dann aufs Land zu einem Hotel. Hier passiert endlich mal was Aufregenderes, denn die Konkurrenz will uns das Hotel streitig machen. Endlich können wir die Shooter-Mechanik mal antesten. Und auch die finde ich echt bescheuert. Und vor allem erwartet das Spiel auch hier von mir, dass ich exakt den Weg benutze, den die Level-Designer für mich vorgesehen haben. Ich kann zum Beispiel nicht vorne rein, obwohl Pauli selbst gerade noch rausgekommen ist. Ich kann auch nicht durch die Hintertür, die ist auch zu. Der einzige Weg führt über die Kisten zum Balkon ins Gebäude. Denn, a la Pulp Fiction, der erste Gegner sitzt auf dem Klo und lässt sich dort schön erschießen und dann warten wir, dass die nächsten die Treppe hochkommen. Was mich beim Gunplay stört, wie beim Autofahren wollte man scheinbar zu realistisch sein. So trifft Tommy locker aus der Hüfte kein Scheunentor. Um sich hinzuhocken, müssen wir aber die Q-Taste gedrückt halten, anstatt dass er dann einfach in der Hocke bleibt. So ist die Bewegung in der Hocke unnötig kompliziert. Aber selbst in der Hocke trifft Tommy nur bei jedem zweiten bis dritten Schuss. Die Gegner treffen zum Glück auch nicht viel besser, aber Tommy verträgt auch nur wenige Treffer. Bis ich mich an die Steuerung gewöhnt habe, musste ich etliche Tode sterben. Zum Ende der Mission gibt es dann wieder eine Zeitlupen-Verfolgungsjagd. Ihr merkt, ich war nicht so begeistert von Mafia. In den ersten Stunden Spielzeit passiert einfach spielerisch nicht so viel Spannendes. Um den Vergleich zu GTA 3 zum Schluss nochmal zu bemühen. Dort funktioniert die Steuerung einfach besser und durch die spielerische Freiheit kann man die Missionen auf verschiedene Arten angehen. Auch bietet die Stadt für die Entdecker unter uns deutlich mehr. Lost Haven ist einfach nur eine leere Kulisse, die einen sonst nicht zu bieten hat. Außer langen Fahrwegen, die aufgrund der lahmen Autos eine einzige Qual sind. Die Zwischensequenzen sind dafür wirklich gelungen und die enge Spielerführung durch die klar abgegrenzten Missionen sind für manche Spielertypen sicherlich von Vorteil. Lustigerweise hat man später Mafia 2 angekreidet, dass man in der Spielwelt nicht viel mehr neben den Missionen erledigen kann. Bei Mafia 1 war das noch kein Kritikpunkt. Außer GTA 3 gab es aber ja auch keine Vergleiche. Als wirklich abschließenden Hinweis, ungefähr anderthalb Jahre später ist Mafia nochmal für die Xbox und Playstation 2 erschienen. Dort hat man das Beschleunigungsverhalten der Fahrzeuge verbessert und das Tempolimit in der Stadt von 40 auf 60 Meilen erhöht. Dadurch werden die von mir beschriebenen langweiligen ersten Missionen deutlich erträglicher. Dafür ist die grafische Qualität deutlich schlechter als am PC. Als Fazit, mir haben die langweiligen ersten Missionen, die lahmen Fahrzeuge und das unpräzise Gunplay den Spielspaß an Mafia echt vergällt. Vielleicht gibt es noch diverse Mods und Fixes, die die von mir angesprochenen Probleme lösen. Danach habe ich mich aber allerdings nicht auf die Suche gemacht. Ich habe das Spiel so wie es ist von meiner Green Pepper Version aus installiert. Und da war meine Spielerfahrung leider ein bisschen frustig. Danke, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Auf meinem Kanal PassGamingSpielt findet ihr mittlerweile weit über 100 Videos zu den unterschiedlichsten Spielen, die ihr euch gerne in meinem Archiv angucken könnt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Auch Lob und Kritik sind gerne gesehen. Genauso würde es mich interessieren, wie eure Erfahrungen mit den jeweiligen Spielen gewesen sind, sofern ihr sie auch gespielt habt.